Nr. Yeng. Und das ist Sekunden. Und überall, jeder kommt in Sekunden, sind 30. Also hopp, ich hab' jetzt auf, will's sagen. Also im Flug, in den ganz flachen Flug, einen Gang runter und nr. Yeng. Nr. Yeng. Und dann anbrennen. Du hast doch einen Anlieger, da kann doch nichts passieren. Also morgen könnt ihr das in YouTube anschauen, ne? Zum Nachmachen geeignet, oder? Drei Millionen Gig. Yeng. Ich fahr alle einen sehr niedrigen Gang. Also ich schalte bei der 80er immer pro Kurve zweimal. Bang, bang. Und dann rein und den Hahn und die Kupplung, uah! Und ich fahr in den Radius, ich fahr meinen Radius. Es kann auch sein, dass ich schon die Hälfte abbricht. Dass ich in dem Scheitelpunkt, je nachdem wie ich hinkomme, und dann rum und dann da rein und dann da hin. Und egal ob jetzt von links oder rechts, einfach und drück die Face in die Rasten rein. Hansi! Ich fahr die. Ich fahr die sowieso hoch. Das magst du jetzt fünfmal, gell? Und dann kriegst du das. Fahr mal nur, jetzt praktisch durch die Grenze. Ja, ja, nur zack, zack. Da oben passt wieder rüber und wieder das. Ja, das andere. Gut. Andere ist noch. Ich fahr raus. Ich fahr raus. Hahaha. Dann kann er Gas geben. Und dann musst du wieder raus. Ja, aber ich fahr mal. 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 Das ist noch einmal. Na, ich geh da oben leicht mit der Kupplung. Das heißt, das ist Kunt den Kraftschluss weg. Und ich hab aber das Ding schon Gas, aus der liebsten Drehzahl, und lass ich die Kupplung rein und dann hopp das Loch wieder auf. Ich hab den nicht ausgeliefert. Oh, 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 oh.